Guck dir mal die kleine 300er an, die da neben steht, oder? Was ist das? Ist das ne 300er? Ne, die Titan ist das. Wahrscheinlich von dem Catering. Das kann sehr gut angehen. Die sieht aus wie ein Spielzeug. Ja. Aber sowas von. Na gut, dass wir die 600er gewählt haben, das wäre ein bisschen vernünftiger Auftritt. Ja, das war schon wichtig. Ja, das denke ich auch. Bevor wir in das Ding reingehen, wir ziehen uns um, weil so kommen wir da nicht auf. Ne, wir ziehen auf jeden Fall, ziehen uns um. Also ich will mich nicht blamieren. Ich will ja echt ein bisschen Party machen. Vielleicht können wir echt Kontakte knüpfen. Gravi, bitte nehm dich heute. Gravi, krieg's heute hin. Vielleicht ist das unsere Chance, dass wir da nette Leute kennenlernen, okay? Das sagt der Richtige. Wieso? Ich bin immer lieb und nett. Wir steigen aus und dann ziehen wir uns um. Roger, ich will nur einmal kurz die Landung noch miterleben. Das sieht so schön aus gerade. Das ist wirklich ein majestätischer Anblick. Es ist wirklich unglaublich. Wow, einfach nur ein Hingucker, oder? Aber sowas von. Ich denke mal, in fünf Jahren habe ich auch so eine. Echt jetzt? Ist das dein Ziel? Ja, wenn das weiter so gut läuft, mit den Rennen. Okay, vielleicht kriegst du ja ne gebrauchte Irr-